Äh, ich hoffe, ich bin ein hübsches Mädchen. Wir sind heute gnädig und werden hässlichen Menschen helfen, hübsch zu sein. Wir erschaffen ihnen hübsche Instagram-Bilder, weil das ist alles, was zählt. Hässlich zu Hause ist okay, aber hässlich auf Social Media? Ja, und wir fangen mit so unglaublich unhübschen Menschen an, wie zum Beispiel Weezo. Aber wie stellen wir das nur an? Inhaltsbasierte Skalierer! Oh, das ist okay. Oh, okay, pass auf, ist super cool. Ihr drückt hier auf Bearbeiten und dann drückt ihr Inhaltsbasierte Skalieren. Aber ihr könnt auch, wenn ihr cool seid, Steuerung, Umschalt, Q drücken. Aber es kommt nicht mit deinen Händenkürzeln. Ich hab's auch gerade erst nachgelesen. Ähm, und dann macht man was Krasses. Man hält Alt gedrückt und dann, 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 dann macht man... Sorry. Ja, mach, ja, mach! Oh, die Mütze. Okay, warte, warte, ich hab Angst. Ich mach einmal ganz doll und... Oh nein, wieso? Oh, guck mal, der sieht aus wie so'n Dobby-Klaus. Okay, ähm, ich würde sagen, wir haben es auf jeden Fall schon mal stark verbessert. Das ist übrigens das ganze Video, Leute. Inhaltsbasierte Skalieren. Oh, oh, aber was ist, wenn ich Inhaltsbasierte Skalieren... Dann wieder Zurückskaliere? ... wieder Zurückskaliere. Macht der das denn wie, wie Original? Oh, 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 oh! Warum, guck mal, das Einzige, was noch normal aussieht, sind deine Augen und der Knopf hier. Ich weiß nicht, ich glaub, mir hat die Version davor besser gefallen. Ja. Okay, neues Anzeigebild. Wir schicken dir eine Rechnung, kannst du gerne auf Instagram posten. Wir berechnen pro Sekunde, weil wir haben ja keine Stunde gearbeitet, deswegen macht Stundenlohn keinen Sinn. Okay, was gibt's pro Sekunde? Was verlangen wir? 5% seines Bruttoeinkommens. Okay, find ich gut. Mach ich. Jährlich. Es geht weiter mit den sexy People. Ja, mit den unsexy People. Ich mein, das Problem mit PewDiePie ist, der, wie wir sehen, der sieht unglaublich schlecht aus. Ich meine, sein Body, was ist das für ein mickriger Bizeps? Und sein Gesicht, ich meine, er ist ja bekannt dafür, dass du jährlich da irgendwie den letzten Platz kriegst auf der umgekehrten Hübschheitswelle. Genau. Also ich find, sein Arm könnte sehr viel größer werden. Den müssen wir auf jeden Fall hochziehen. Oh, 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 oh! Wollen wir, soll der größer oder kleiner? Der muss vor allem breiter. Aber es wird irgendwie nur seine Hand breiter, Ricardo. Du musst vor allem wieder richtig hinschieben, aber hey. Hier, guck mal, wenn man das abschneidet, dann sieht man gar nicht mehr, dass es doppelt ist. Das macht die Nippel größer, du Arsch. Wie groß hätten sie es denn gern, Ricardo? Ihhh! Ihhh! Nein! Das ist ganz falsch. Schaust du noch, dass es ein Nippel sein soll? Ja, klar. Ihhh! Viel schöner als vorher. Aber der hintere, den lassen wir so, oder wie? Das Ding ist... Asymmetrie ist auch immer... Ja, das ist hübsch. Dein Arm wirkt noch größer, wenn sein Kopf kleiner wird. Stimmt, das ist Logik. Ja, das ist ja auch immer, das siehst du bei so fett bepackten Leuten. Die haben dann immer so eine Erdnuss als Kopf. Und dann weißt du dann, wow, die sind buff. Was? Das sieht wunderschön aus. Ja. Wunderschön. So finde ich das PewDiePie wirklich ansehnlich. Die Technik funktioniert übrigens auch bei Leuten, die sehr attraktiv sind. Wir haben hier mal einer der hübschesten Männer Deutschlands rausgesucht. Äh, der Welt. Okay. Ich meine, da kriegt man schon Depressionen, wenn wir unseren guten Wirtschaftsminister hier sehen. Heureka. Alsmaier ist das übrigens für euch junge Kids da draußen. Entschuldigung. Halt jung. Egal. Ihr seid alles jung, Maier. Haltet eure Hosen bereit. Okay. Ich werde jetzt einfach mal nur in der Höhe quasi stauchen. Okay. Mal gucken, was das macht. Und... Ha! Ha! Ja, jetzt sagst du die Augen über die Augen nur. So, da bin ich halt auseinander. Was passiert mit seinem schönen Kopf? Seine schöne Kopfform. Oh nein. Mach weiter, 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 weiter. Du sagst Stopp. Ah, perfekt. So? Ja. Wunderschön. Rick sagt, Männer stehen auf Frauen mit wenig Hals. Wir haben uns jetzt mal die hässlichste Frau rausgesucht, die wir finden konnten. Genau. Emma Watson. Grauenfall. Einfach nicht... Man kann fast nicht hingucken. Nee, ich meine, wer hat nicht gelitten damals in den Harry Potter-Filmen wegen ihren Auftretens? Das fanden wir alle damals total schlimm. Weiß ich noch. Ja, ich hab's wirklich... Ich konnte mir das nicht geben einfach. Nee. Und deswegen skalieren wir sie jetzt. Okay. Äh, soll der auch quasi so... Perfekt. Perfekt. Wunderbar. Guck mal, es gibt ja auch dieses inhaltsbasierte Füllen. Und das macht halt einfach... Es zaubert. So. Weg mit dem Kopf. Wow, oder? Das sieht super aus jetzt. Ja. Bumm. Ich meine, das ist ein Bild, da weiß man, wenn es ein kleines Mädchen sieht, kriegt die sofort Depression, weil sie weiß, sie wird niemals so schön aussehen. Niemals. Und genau das ist das. Darum geht's. Darum geht's. Ich hab's vergessen. Das ist ja für Instagram. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es gibt noch eine tolle Funktion, die man machen kann. Und zwar, anstatt zuschneiden, kannst du inhaltsbasiert Sachen hinzufügen. Also er rechnet dir dann quasi Inhalte hinzu. Und ich weiß halt nicht, was er da hinpackt. Anscheinend gar nichts. Naja, warte. Jetzt muss er rechnen. Wahrscheinlich kommt nur gequirlte Scheiße oder vielleicht ist es auch gar nicht lustig. Ich meine, jetzt ist sie halt noch buffer. Es ist, ähm... Ich meine, schlechter ist es nicht geworden. Nee, das ist das Schönheitsideal, was wir hier jungen Frauen zeigen wollen. Hier habe ich gerade zwei richtig hässliche Idioten gefunden. Ja, das ist nett, um es durch zu zeigen, dass es auch mit hässlichen Teenies funktioniert. Ich meine, du musst ja schon mal sagen, abartig. Grauenvoll. Wo ist der Bart? Ja, also bei dir. Äh. Was habe ich da für ein T-Shirt an Haywood? Warum dachte ich, das ist eine coole Idee, ein T-Shirt zu tragen, wo Haywood draufsteht? War man da nicht in Spanien? Ja, das ist aus Spanien, ja. Schau, rote Augen. Ey, wer hat heutzutage noch rote Augen? Ja. Grauenvoll. Klingt illegal. Egal. Skalier-Headshit. Deine Nase ist zu klein. Ah ja, das stimmt. Perfekt. Ich finde, mein Gesicht kann irgendwie kleiner werden, so im Gesamten, oder? Äh, erstmal müssen wir dein Gesicht entfernen. Per, per, nicht gut. Ähm. Der könnte immer noch Mund sein. Ja, es ist ein Mund. Äh. Äh. So, jetzt, jetzt können wir auch anfangen, dein Gesicht kleiner zu... Hm, irgendwie funktioniert das noch nicht ganz. Nee. Okay. Dann... So funktioniert das. Wenn du erstmal nicht sofort realisierst, das was nicht stimmt, aber irgendwie doch. Oh Gott. So, das ist ja alles schön und gut. Aber was, wenn wir das jetzt noch inhaltsbasiert skalieren? Was passiert dann? Ah! Ah, okay. Perfekt. Was mit deinen Augen passiert auf einmal? Du siehst ein bisschen drauf aus, ehrlich gesagt. Perfekt. Okay. Wieder ein trauriges Wesen. Eine Person, die es ganz schwer hat auf Instagram, die, also, ne, also, will ja niemand sehen. Annie the Duck. Annie the Duck. Basteln. Das ist ein ganz einfacher Move. Alles markieren. Ja. Und dann von oben links nach oben rechts ziehen. Nach Dach... Oh, wir sehen schon. Oh, ja. Oh, okay. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Oh, ein bisschen von oben runter. Okay, ja, ja. Ja, perfekt. So, ja. Und was ist, wenn ich es mir hoch mache? Oh, stimmt. Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Der rechte Arm macht mir Albträume. Oh, ja. Oh Gott. Nice. Nice. Würde ich tatsächlich so auf meinem Instagram auch posten? Ja. Sag mal so, wer so einen Arm hat, mit dem will ich mich nicht boxen. Ne, das Gesicht hat auch leicht gelitten. Es ist halt weitestgehend normal, aber irgendwie das Auge wurde so ein bisschen hochgeschoben und hier die Seite vom Kopf wurde so weggedrückt, das irgendwie... Was muss man... Ich schiebe es wieder ein bisschen runter. Mach weg. Mach weg. Natürlich darf auch Monte nicht fehlen in so einem Video. Ich meine, er hat viele Follower auf Instagram, aber er postet nicht viele. Wahrscheinlich hat er auch immer so voll... Weißt du, er geht mit seinen Girls raus und macht so Fotoshooting. Irgendwie halb nackt im Schnee, was man halt so als Instagramer macht so. Und denkt sich so, oh nee, das ist nicht hübsch, weil er sich halt immer wieder selber sieht und deswegen Monte hier inhaltsbasierte Skil. Nimm deine Fresse und squeeze it. Ich hab die... Oh wow. Mach groß. Oh wow. Oh. Breiter, es muss breiter. Okay, ich mach es gleich, aber lass uns vielleicht nochmal schauen, wie er aussieht, wenn man ihn kleiner macht. Okay. Jetzt noch in die Breite. Was ist das? Es ist ein bisschen aus wie ein Villager oder so. Also ich finde es hübsch. Also ich würde es posten. Hier fehlt natürlich... Sorry, aber ich muss es nochmal machen. Kein richtiger Villager ohne die richtige Nase. Okay. Da krieg ich als Mann Depression, dass ich nicht so hübsch bin. Dann darf man sich einfach nicht mit vergleichen. Das ist wichtig. Vergleicht euch nicht mit Internetmenschen. Vergleicht euch nicht mit Montana Black. Ich meine, ich glaub, das macht sogar wirklich Sinn. Beautix! Ja, so ist auch... Vornam vergessen. Judy... Julia Beautix. Ja, ist halt auch so. Keine Instagram-Follower. Das ist nicht zum Vergleich zu uns, weißt du? Wo die richtigen Cash-Boys die ganze Zeit irgendwelche Sachen posten und so. Deswegen, ähm... Wir können sie in Swole... Swole Beautix machen. Wir können sie in Small Beautix machen. Ich finde das gut. Ich finde Kombination aus beiden. Ah, du meinst, der Unterteil muss quasi... Ha, 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 wie die heilige Sichtseite. Okay, das ist auf. Ah, ha, ha. Jetzt musst du halt noch das Bild vergrößern. What? Ich meine, wir müssen noch ihre wunderbaren Schultern sehen. Geht das? Schon nicht schon, oder? Ja! Das ist doch mein Bild. Das ist ein Panorama-Ausblick vom Feinsten. Ich sag's dir. Hey Baby, du bist echt ein nicer Panorama-Ausblick. Okay, wenn ich den jetzt da rüber packe... Das funktioniert. Das war schon gut so, wie es vorher war. Du musst jetzt nicht noch irgendwie... Nicht sowas. Nee. Nee. Warte, welche Tasten muss ich drücken? Die hier. So. Oh, nee, jetzt sieht's ja wieder normal aus. Nee, das funktioniert... Oh! Hups, ich bin ausgerutscht. Das tut mir leid, Julia. Julia, Kalb Beautix. Der Trick ist halt einfach, wir behaupten am Ende, es wäre handgemalt. Weil dann ist es Kunst. Wir müssten eigentlich das noch ausdrucken, in der Hand halten und uns damit fotografieren. Nee, das funktioniert nur, wenn wir Frauen wären. Scheiße. Dann drücken wir einfach hier, invertieren oder so. Und dann... Hä? Wenn wir das Bild invertieren, sind wir doch plötzlich trotzdem keine Frauen. Verdammt. Hä, ich glaub, das war's. Was? Rick, bist du... Ist deine Kreativität etwa schon am Ende? Ja. Wir kennen nur ein Tool. Inhaltsbasiertes Skalieren. Und das ist alles, was man braucht. Wenn ihr Photoshop meistern wollt, müsst ihr nur wissen, dass ihr STRG-SHIFT-Q drücken müsst. Dann geht's ab. Okay, wir haben Mabel noch nicht gemacht. Warum haben wir Mabel nicht gemacht? Wunderschönes. Dammt!